Yo, Doppelstinker hier an Tanzverbote. Du hast es eindeutig übertrieben. Jetzt gibt's Konsequenzen. Komm nach Limburg. Ich schau nicht auf die Fresse! Der Tourette ist Ansager an Tanzverbote. Komm nach Limburg. 2 gegen 1 wird ein Fairplay. Und dann kannst du Kopf mit deinem Bademantel. Du hast eindeutig zu viele Ansagen gemacht. 10. Oktober solltest du darauf reagieren. Wer hat darauf nicht reagiert? Wir können weiter filmen. So. Ziehst du dieses Fass. Und fertig ziehst du das auch so. Genau so. Wir haben ganzen Scheiß-Busse aus deiner Wampe schlagen!